In jeder Saison entscheidest du dich für eine der fünf Disziplinen. Im Moment sind die Grid-Meisterschaften gesperrt. Wenn du aber in den anderen Disziplinen entsprechende Fortschritte machst, qualifizierst du dich für diese prestigeträchtigen Meisterschaften. So, triff deine erste Entscheidung. Wo machen wir mit? Ich hab irgendwie Bock auf Streets. Da du bei Straßenrennen auf öffentlichen Straßen mit eingeschränkter Sicht unterschiedlichen Straßenbreiten und wechselnden Fahrbahnbelegen konfrontiert wirst. Solltest du dir jedes Überholmanöver vorher genau überlegen. Freu dich also auf rasante und intensive Action in getunten Serienmodellen, wie Hot Hatches und Hypercars. Da bin ich schon mal gespannt. Das sind die verfügbaren Meisterschaften. Entscheidest du dich für die längere Saison, musst du zwar mehr Rennen absolvieren, sammelst in der gewählten Disziplin dafür aber mehr EP. Hm, sechs Events, vier Events. Fangen wir mal hier an. Hier sind deine ersten beiden Team-Angebote. Mit dem gewählten Team bestreitest du die gesamte Saison. Das Team-Ziel musst du erreichen, um deinen Vertrag zu erfüllen und nach der Saison bessere Angebote zu erhalten. Holst du dir den Team-Bonus, bekommst du noch mehr EP und lukrativere Team-Angebote. Bevor du das Angebot eines Teams annimmst, solltest du einen Blick auf die Details der anstehenden Saison werfen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, machen wir gleich hier, oder? Golf L. Mal sehen, was auf uns hier zukommt. Hot Edge. Event. 1 von 4. San Francisco. Kurzstrecke. 2,3 Kilometer. Er ist zurzeit gut in Form. Wir wollen vor ihm landen. Wo bin ich denn? Sie ist die Top-Favoritin in diesem Rennen. Sorge dafür, dass du vor ihr landest. Ich bin hier mit Peter Carsten beim Eröffnungsrennen der Street-Circuit auf. Fahrerlager, Training, Rennen, Fahrzeug-Tuning, Fahrzeug-Upgrade, Event-Regeln, Team-Zieber. Rennstrecke werden, aber heute schon. Tja, ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das hier ausgeht. Schwierigkeit, Optionen. Okay, dann gehen wir mal zum Rennen, würde ich sagen. Rennen 1 von 1, 4 Runden. Ui, ist ganz oben. Startplatz 12, und unser zweiter Wagen geht vom 11. Startplatz ins Rennen. Los geht's! Du musst deinen Event-Rivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Nimm, 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 nimm. Au! Ich würde es irgendwie gerne flüssiger spielen, aber irgendwas hat es. So, jetzt müssen wir hier irgendwie nach vorne mal. Das war glaube ich die erste Runde, nein noch nicht ganz, die kommt da erst. Du gehst im Hauptfeld in Runde 2. Okay, das war nicht zu empfehlen. So, aber jetzt. Dein Teamkollege ist im hinteren Teil des Feldes und du liegst 3 Sekunden vor ihm. Okay, danke. Kann man übrigens auch, man kann sogar den Teamkollegen befehlen, was er machen soll. Nur ein paar Beulen, nichts Mechanisches. Okay. Nix passiert. Bis im Fünftal. Auf Position 2, wir sehen wie wir hier vorbeikommen. Wir sind auf Position 1. Nix passiert. Irgendwie sieht das gerade aus, als würde ich die Scheibe zersprengen. Oh ja, jetzt ist sie draußen. Die Scheibe ist draußen. Aber da hat man schön gesehen, der Geriss wird immer größer und größer. So, wie kommen wir jetzt dann davor? Letzte Runde. Letzte Runde, greif nochmal nach der Führung. Wieso hat... Ne, verdammt. Der Spiel hat voll die FPS-Einbrüche. Ich mein, was soll'n das? Gekommen. Ich kann nur mal sagen, wieviel er weiß zwischendurch 14. Sonst 16. Hat auch irgendwer anderer das Problem? Schreib mir bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Lösung wisst. Oh weh... Wir waren aus der Position 1. Nein. Verdammt. Falsche Knopf. Starke Leistung. Du hast einen Eventrivalen geschlagen. Dritter Platz im Ziel. Gutes Rennen. Ne, eigentlich nicht. Zwei Ziele erfüllt. Reisen. Event 2 von 4. Rennen. Rennen. Pocken, ey. Alles klar Patrick, wir sind im Moment auf Rang 3 der Teamwertung. Wir sind genau dort, wo wir sein sollten. Wirklich? Das Monster Energy Racing hinter dir und fahr einen Vorsprung. Beim nächsten Event der Street-Circuit-Lopen, uns erwartet ein schmattendes Ende Stoßstange an Stoßstange. Peter Kansen ist hier, um das Event zu analysieren. Peter? Tja, bei Straßenlernen achtet man nicht zu planieren. Du kannst einfach damit rechnen, dass der Vieger sich unterwegs ein paar Feinde macht. Danke Peter, es gibt viele Möglichkeiten, wie dieses Rennen verlaufen kann. Freuen wir uns also einfach, dass wir dabei sind. Mal sehen, ob das hier jetzt hilft. Mal sehen. Okay, dann lasst uns jetzt ins nächste Rennen starten. Vielen Spaß Leute, es gibt eine Runde Klausch. Startplatz 10 und unser zweiter Wagen geht vom dritten Startplatz ins Rennen. Du musst deinen Eventrivalen schlagen, aber er wird es dir nicht leicht machen. Das scheint mal ohne Rucke zu funktionieren. Aber ich verschrei es lieber nicht. Au. Au. Sorry. Sorry. Okay, jetzt können wir gut fahren. Jawoll. So geht's. So geht's. Noch vier Runden. Okay Patrick, du gehst im Hauptfeld in Runde 2. Und die Scheibe reißt schon wieder. Schaut genau auf den Riss. Da ist unser Teamkollege. Last Startplatz 4. Überhol ihn. Du hast noch vier Runden. Okay. Wartest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ja. Ich finde es schade, dass das Cockpit so schlecht aufgelöst ist. Und das Rückspiegel verschwommen ist. Aber andererseits finde ich es doch cool, wieder mal eine Cockpit-Ansicht bei Crete zu haben. Und die habe ich bei Crete 2 zum Beispiel schon sehr vermissen. Noch zwei Runden. Schreibt nur mal eure Meinung über Crete Autosporaut in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Au. Jetzt ist sie weg. Und der Scheibenwischer blieb hängen. Ich glaube das war die Handbremse. Nee. Nee, verdammt. Falscher. Okay, ich habe die Handbremse gefunden. Mach weiter so, du liegst in Führung. Nein. Nee, nee, nee. Du kommst doch nicht vorbei. Du nicht. Sehr schön. Nein, 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 nein. Oh. Dieser Mini ist schon etwas starr. 10 Diesel. Ne. Uck! Nee. Oh! Schandelsch速art reaching for. Ein sehr spannendes Rennen! Ob da der Event-Rivale ein Weichem knabbern? Toller Sieg! So geht's. Tolles Ergebnis. Dieses Rennen bringt uns in der Teamwertung nach vorne. Auf Position 2. Wir haben wieder etwas erfüllt. Kommen wir nun zu Event 3 von 4. Erstes Rennen. Wir befinden uns in Dubai. In Hatan, Yuan oder so ähnlich. Und ich glaube wir haben jetzt 3,1 Kilometer vor uns. Und hier sind wir schon. Entschuldigung, in Hatan. Wir sind im Moment auf 1,2 der Teamwertung. Wir sind genau dort wo wir sein sollten. Sehr schön. Schlag Logan Parker um einen echten Vorsprung rauszufahren. Willkommen in Dubai. Über diese Saison der Street Circuit Open wird man wohl noch lange reden Peter. Wie ist die Lage vor diesem Event? Danke, es macht keinen Spaß an dem Meinung zu äußern, die du mir um die Ohren haust, falls ich mich irre. Aber ich wüsste nicht wer die aktuelle Nummer 1 gefährden könnte. So, jetzt hab ich's doch gesagt. Es geht gleich los. Wünschen wir den Fahrern viel Glück und genießen wir ein weiteres erstklassiges Rennen. Dann starten wir. Drei Runden. Wir befinden uns auf Position 2. Und unser zweiter Wagen geht vom siebten Startplatz ins Rennen. Was haben wir jetzt für eine Karre? Du musst Logan Parker schlagen, aber er wird's dir nicht gleich machen. Oh, super. Okay. Mal sehen, wie sich dieser Wagen hier fährt. Oh. Da hat's fast einen Umfall gegeben. Jetzt hat's einen Umfall gegeben. Sorry. Okay, okay. Und das müssen wir noch gewöhnen. Und da sind wir schon wieder. Hopp. Auf. Auf. Das fand ich noch was. Re-pray. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was ist da los? Auf. So. Aber jetzt. Haben wir die Kurve überstanden. Fürs erste. Hopp. Und jetzt heißt's ab nach vorne. Da ist unser Ding, Kollege. Ups. Jetzt sind wir vorbei. Auf in Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Wir sind auf Position 5. Auf. Und jetzt sind wir ein BV. M1. Und jetzt sind wir die BV. Und jetzt sind wir die BV. Wir haben die BV. Dann kommt jetzt bald wieder unsere super tolle Freundeskurve. Wir sehen, ob wir es diesmal schaffen. Sind wir schon vorbei? Ich glaube nicht. Nein, da kommt sie. Au! Nee! Gott, dann kein Dreher. Jetzt vorgehe ich nach vorne. Position 2. Eins! Und die letzte Runde. Du wartest in diesem Rennen die schnellste Runde. Hopp! Nein. Verbremst hat er sich. Wow, schöner Drift. Wäre noch nicht ganz sauber, aber trotzdem schön. So, und da haben wir es. Da dürfte Logan Parker ein Weilchen knabbern. Toller Sieg. Wir stehen in dieser Meisterschaft im Moment auf Platz 1. Gott sei Dank. Ja, dann haben wir jetzt noch ein Event, glaube ich. Genau, Event 4 von 4. Coupé. 2,4 Kilometer in Barcelona. Wir sind im Moment auf Rang 1 der Teamwertung. Damit sind wir auf einer richtig guten Position. Schlag Faisal mach Mut, um einen echten Vorsprung rauszufahren. Für einige Fahrer war die Saison alles andere als leicht. Aber heute entscheidet sich, wer zum Champion gekrönt wird. Peter, irgendwelche weißen Worte? Danke. Ich glaube, die Sache ist durch. Letztes Rennen. Wenn die aktuelle Nummer 1 nochmal so an die Leistung hinlegt, holt sie den Sieg und kann sie vor Angeboten für die nächste Saison nicht mehr retten. Ich bin sicher, uns erwarten in dieser Saison noch einige überraschende Wendungen. Sehen wir uns also einfach an, was uns dieses Rennen zu bieten hat. So, wir haben ein Rennen mit 4 Runden. Da starten wir. Wir starten von Position 12. Und unser zweiter Wagen geht vom sechsten Startplatz ins Rennen. Los geht's. Sieh zu, dass du dich vor Faisal mach Mut setzt und einen Vorsprung rausfährst. Ich werde so suchen. Opa. Ups. Da unser Teamkollege. Ups. Keine Rängerei hier. Äh, Rängerei, sorry. Ups. Ups. Unser Teamkollege ist nun hinter uns auf dem letzten Platz. Und jetzt wollen wir gleich den Elften. Unser Zehnten, sorry. Ups. 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 Das können wir ganz schnell vergessen. Ups. Da gab es einen, oh, sehr sauberen Unfall. Und die zweite Runde. Bin dabei. Ups. Untertitelung des ZDF. 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 Dein Team wird zufrieden sein. Du hast alle Vorgaben erfüllt und den anderen Teams gezeigt, dass mit dir nicht zu spaßen ist. Cool. Ist das hier eine Übersichtstafel? Oh, wir haben wieder was reingeschaltet. Du hattest eine tolle erste Saison. Durch das Erreichen des ZDF. Durch das Erreichen des ZDF. Dein Kommentar ist sowieso. Und vielleicht hast du kein Abo, denn ihr wollt ihr vielleicht nie mehr an Rennen verpassen. Ciao Leute. Und bis bald. Und bis bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Hier ist ein paar Tage. Untertitelung des ZDF, 2020